Soll ich dir erstmal einen Speer geben? Ich konnte mir jetzt einbauen. Okay, ich habe da auch gerade nicht, weil wir die ganze Zeit von geredet haben, dass wir tauchen gehen. So, ähm, eine Flasche. Ja, die erste Flasche ist dann gleich mal weg. Erforschen. Fernglas. Sauerstoffflasche. Genau, die ist das Wichtige. So, Flossen. Oh, fünfmal Seetang. Also einmal Flossen kann ich herstellen. Die würde ich dann erstmal für dich dann machen. Mir egal. Kannst du auch für dich machen. Naja, da du ja eh mit dem Hai kämpfst, ist es für dich auf jeden Fall nochmal angenehmer, wenn du schneller unterwegs sein kannst. Mir reicht das. Nimm Doody zum Sammeln. Alles gut. Ich bin voll zufrieden. Okay. Wenn du das saßt. Ich sag das. Die Hai-Geschwindigkeit mag ich. Und ich mag meine Geschwindigkeit. Ganz kleines Mühe nach links gedreht wegen dem Fass. Das ist jetzt nicht mal den Haken verschwinden müssen. Also du kannst ja alles, was von vorne braucht. Äh, Freundchen. Du kannst ja auch so einsammeln. Freundchen? Ja. So hier. Fangen wir nicht so an. Ich verschwinden meinen Haken so viel ich hier will. Ja, ja? Mauti, was sagst du dazu? Ich weiß, eigentlich hat er ja recht. Eigentlich. Ich geb's nur nicht gerne zu. Oh, da vorne kommt ein Floß. Da vorne kommt ein Raft. Oh, ne Kiste. Ja. Für Schrott. Richtig wichtig. Na, brech doch ab, Mann. Aber wenn was dranhängt, kannst du nicht abbrechen, ne? Verdammte Axt. Ne, leider nicht. Yes. Okay, wir haben den Schrott. Das krieg aber nicht, so wie das aussieht. Aber wir haben da kein Bolzen durchgekriegt, ne? Musst du mal Bolzen produzieren? Ne, Bolzen musst du mal nicht produzieren. Bolzen kriegst du. Eventuell. Na, kann man die Kamm, kann man die nicht auch aus Schrott machen? Ich glaube, wir müssen das bloß lernen. Hm, das kann sein. Hm, haben wir noch was zu essen. Na, eh ne Ananas haigt noch. Ich hab gerade zwei Fisch fertig gehabt. Zwei Hai. Ich würde einen Happen hier brauchen. Hm, kannst du nehmen. Dann werde ich mir auch mal ne Angel basteln. Oh, fertig. Oh, das war viel, wa? Was war viel? Schau auf, Hing. Achso. Ja. Kann man das ganz kurz hier rüber gedreht, damit wir was schnell holen können? Jop. Konnte man da noch mehr einsammeln? Ne, ne? Nur die... Ne, das ist nur die eine Kiste und dann geht's unter. Okay. Jo, das war knapp. Weiß wen anders... Du Blöder. Das war aber knapp, wa? Ja, ich hab'n... Ihr hört hinter mir. Okay, wolltest du die Insel ansteuern? Ja. Wo ist er denn da drüben? Muss mal gucken, ob wir in die Richtung kommen? Ja, einmal schnell die Palmen abholzen. Dadurch, dass wir jetzt erstmal die Schmelze haben, brauchen wir jetzt noch nicht so gravierend wieder Unterwasser sammeln. Ein Motivationsspruch. Hey, hey, ho, ho. Ich leg mal die Haiköpfe unten in die Essenstruhe mit rein. Vielleicht will sie auch mal probieren, einen anzulegen. Ich glaub' nur nicht, dass das was bringt. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob da irgendwas war. Aber kann nur sein, also ich hatte mal ein Video gesehen, da war irgendwie was mit den Haiköpfen. Ich weiß nicht, ob man länger damit tauchen kann oder ob der Hai ihn nicht angreift. Aber ich bin fast der Meinung, das war dann eine Motti gewesen. Kann sein. Schauen wir mal. So, ich spring mal da rüber. Ich hab' die Vermutung, das los wird an der Seite vorbeiziehen. Also, der Hai-Kopf irritiert mich maßlos. Der kommt weg. Ja, drängt die Sicht schon sehr ein. Ein bisschen. Ah, ist der Floß tatsächlich stehen geblieben? Oh, sehr schön. Ich hatte ja eben eher befürchtet, dass er dran vorbeigerutscht. Das ist, glaub ich, nicht so geil, gerade hier wieder Hai zu jagen, aber okay. Das hatte ich wieder zurückgepackt. Bei uns ein Hai gut zu Gesicht stehen würde. Oder war das so... Nee. Nee, okay, der Hai greift trotzdem an. Hat jetzt gerade überlegt, ob es vielleicht doch so war, dass der Hai eigentlich angreift, wenn man den Kopf auf hat. Aber der beißt leider trotzdem zu. Mhm, okay. Denn lohnt sich das nicht, die Sicht so einzuschränken. Mist. Oha, ouch, ouch, ouch. Okay, okay, okay. Hast gewonnen. Dieser Hai gewinnt. Dieser Hai gewinnt den Kampf. Weiß nicht, warum, aber er möchte gewinnen. Vielleicht will er überleben. Okay. So, das Wasser wird fertig. Nicht wundern, ich schmeiß mal alles gerade in die Essens-Truhe. Ja. Entsafter, Kokosnuss. So, ich werde jetzt mal gucken, dass wir uns mal so einen Hai-Köder basteln. Und damit dürften wir den Hai schneller töten können. Ehring, sehr gut. Komm, 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 komm. Butt, 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 butt. Nicht den Sauerstoff heißen. Mhm. Wir sind, wir sind das Meer. Machst du eigentlich noch bei Aquaman, ja? Klar, Mann. Wir lieben das Ganze, ja? Was denkst du? Drei Etagen musstest du runter, GZ. Sorry, war im Eifer des Geflechts gerade untergegangen hier, Monobu. Meine Güte. Hab schon wieder leicht Hals kratzen, ne? Es ist das dritte Mal in anderthalb Monaten krank werden, hab ich aber langsam die Fresse voll. Ja, aber ist nicht so schön, sowas. Ne. Oh, du hast den Hai getötet. Hai, 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 supported. Heißt, schnell einen Happen essen und dann abtauchen. Ja, also, könnte man tun. Das war so nicht richtig. Ich will da meinen Speer haben, ne, ich will da meinen Angelhaken haben, ich will da meinen Hammer haben. Ach, herrje. Taktisch unklug. Den Fisch legen wir gleich wieder drauf. Das nehme ich wieder raus, alles. Die können drüben bleiben. Das nehmen wir mit. Das kann von mir aus da drinnen bleiben, weil es zu Lebensmitteln gehört. Also, mit dem neueren Haken geht's wirklich deutlich schneller. 's, äh. Komm, wir tauchen gleich irgendwann auf und der Fluss ist weg. Das wäre schade. Ich glaube, der einzige Rettungsanker in dem Moment wäre bei dem Spiel tatsächlich nur sterben, damit er auf dem Fluss wieder spawnst. Ja, oder beladen. Das ist halt so ja, stimmt. Oder die speicherte wildland. Wobei das natürlich schon ein großer Verlust wäre. Ja. Aber das ist eigentlich gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil wir gerade an der Insel sind, speichern wir einfach mal schnell. Was fehlt uns denn noch? Uns fehlt ein Kupferbarren für die Leiterplatte, Schere. Der Metallsperre wäre ganz cool. Da bräuchten wir Metallbarren für. Na, ein bisschen Eisenerz, also Metallerz und Kupfererz müsste da sein. Ja, du hattest hier noch schleimige Libber drin. Das ist der Stein. Metallerz, ähm, wie funktioniert der Schabernack? Metallerz platzieren. Da musst du planken. Nee, brennt schon. Okay. Okay, wird auch mit normalen Planken gefüttert. Ja, okay. Ich sehe es, ja. Okay. Weil rechts von der Insel schwimmt eine schwimmende Kiste, ja. Könnt ich, wenn ich mir sicher bin, dass der Hai mich nicht gleich holt, schnell ran schwimmen. Ich bin sowieso bei der Kiste nah dran. Ach so, kommst du auch schon. Bringst du den Hai bestimmt mit. Oder? Ist er noch nicht wieder gespawnt? Weiß ich nicht. Also theoretisch müsste er schon gespawnt sein. Ja, er ist gespawnt, ja. Bei dir wahrscheinlich, ne? Ja, der versucht gerade noch mit zu beißen. Das ist gut, dann kann ich nämlich mit den ganzen Ressourcen schnell wieder nach Hause. Jetzt hat er mich gebissen, aber... Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt hat er mich gebissen. Ob dazu gut ist, egal. Das ist gut. Solange der Hai dich beißt, ist es immer gut. So. Äh, ach, da. Ach, ich mag gar nicht sagen, verdammt, wo ist unser Fluss? Das ist... Okay. So, eigentlich können wir dann auch gleich weiter segeln. Oder möchtest du hier noch was machen? Ähm, no. Ich würde mich noch einmal kurz ausklinken, aber wenn du willst, kannst du... Können wir laufen lassen. Okay, na ja, dann... ...träge uns wieder in den Müllstrom. Ich trinke eben noch was. Hast du denn einen Speer zum Verteidigen? Äh, ja. Okay. Also zum Verteidigen von bloß Reichzeit auf jeden Fall. Gut. Also, dann würde ich sagen, Pignetics, unterhält euch. Und... Bis gleich, ja? Ich bin schon unterhalten. Bis gleich. Ja, Mauzi, unterhalt Pignetics mal ein bisschen. Ja, mach das mal hier. Genau, Mauzi, muss mich unterhalten. Mach mal. Und da ist er weg, unser Heiltöter. Hey, Mauzi.